Es macht Spaß, diesen baubaren Lego Brickherz Charakter Wonder Woman aus bunten Legosteinen zusammenzusetzen und alle berühmten Details wie langes schwarzes Haar, Kopfschmuck und Stolpen nachzubauen. Außerdem hält sie ein abnehmbares Schwert und Schild in den Händen und steht auf einer baubaren Sammlerstellplatte mit Brickherz Symbol für die perfekte Präsentation. Mit dieser Amazone zieht Stärke bei dir in zu Hause, in deinem Büro oder wo auch immer du willst, ein. Untertitelung des ZDF, 2020